Hallo, wir sind Annika und Matthias Koch, Reisefotografen aus der Pfalz. Ja, wir waren bis letzte Woche in Rajampad in Indonesien unterwegs. Das ist ein wunderschönes Archipel ganz im Osten von Indonesien, in West Papua. Und es war sehr abwechslungsreich, wir waren über Wasser, unter Wasser unterwegs. Wir haben Menschen fotografiert, Tiere und genau. Ja, wir hatten schon einige Bilder auf Instagram auch gepostet und da kamen die Fragen, welches Skript wir dabei hatten. Und ehrlich gesagt, war es gar nicht so einfach zu entscheiden, was wir alles mitnehmen, weil wie Annika schon gesagt hat, es war sehr divers, die Fotografie, Überwasser, Unterwasser, Perluft. Also wir wussten gar nicht eigentlich, was uns so richtig erwartet, weil es auch so abgelegen ist und wir noch gar nicht so viele Bilder davon gesehen hatten. Und deswegen möchten wir euch zeigen, was wir alles dabei hatten. Dann fangen wir mal mit den zwei Hauptkameras an. Als Hauptkamera hatten wir einmal die Fuji X-S20 mit 26 Megapixel dabei und die Fuji X-T5 mit 40 Megapixel. Ja, wir waren sehr zufrieden mit den Kameras, die sind beide sehr leicht, kompakt, aber doch sehr leistungsstark und hatten dann natürlich auch verschiedene Objektive. Mit den Kameras haben wir einerseits Bilder gemacht, aber auch Videos. Die Videos haben wir für Reels eingebunden, für die Stories, aber wir werden auch noch YouTube-Videos gestalten über Raja Ampatt, welches auch die nächsten Wochen online kommt. Ja, mit den Objektiven haben wir geguckt, dass wir auch hier so drei, vier mögliche aufgestellt sind. Zum einen angefangen mit 8mm, das habe ich hauptsächlich dabei gehabt, weil es super leicht und kompakt ist und auch gedacht, wenn ich zum Beispiel im Kajak hinten saß und dann mit 8mm Annika von hinten beim Kajaken sehr schön fotografieren konnte. Ja, dann bei der X-S20 hatte ich meistens das 18mm Objektiv drauf, weil das hat eigentlich viele Situationen schon abgefangen. Es hat auch eine sehr kleine Blende, also eine sehr große Blendenaufnahme von 1,4. Das ist halt, wie gesagt, ein sehr lichtstarkes Objektiv. Von daher war das auch morgens auf dem Markt zum Beispiel ziemlich toll. Ja, das haben wir auch verwendet für Portraitaufnahmen, aber auch vor allem, wenn es ein bisschen dunkler wurde in der Nacht. Da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn die Blende 1,4 beträgt. Ja, als nächstes Größeres oder als nächstes Festlandweite hatten wir hier ein 50mm dabei. Das ist ein recht großes Objektiv, aber hier die Blende 1,0 macht ein super Bokeh und Annika, du hast das meistens dabei? Ja, ich hatte das morgens zum Sonnenaufgang auf dem Markt, also um 6 Uhr ging die Sonne auf, aber wir waren schon um 5.30 Uhr vor Ort. Das heißt, es war noch blaue Stunde, die Sonne war noch gar nicht aufgegangen. Und hier waren wir, um Portraitaufnahmen von den Locals zu machen. Und ja, das war mit der 1,0er Blende, war das halt der Hammer. Ja, super lichtstark und hat einen superschönen Bokeh-Effekt und das war so für Portraits auf jeden Fall meine Lieblingsblende. Ja. Ja, mein liebiger Objektiv. Bei der X-T5 hatten wir hauptsächlich das 16-55mm Objektiv 2.8 dabei. Das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen mein Lieblingsobjektiv, weil es einfach sehr flexibel ist und auch lichtstark mit einer Blende 2.8. Die X-T5 hatten wir auch hauptsächlich zum Filmen, also haben wir echt weites gemacht, aber das YouTube-Video wird hauptsächlich mit der X-T5 gefilmt sein, bis ein kleiner Unfall passiert ist und leider so objektiv in die Kamera nicht mehr einzusetzen war. Und das war kein Problem, haben wir einfach weiter gefilmt mit der X-T5 und die restlichen Bilder mit der gemacht. Als Täler hatten wir hier ein schönes Teleobjektiv dabei, 50-140mm, auch Blende 2.8. Das hatten wir auch, wenn wir einfach die Leute in den Städten fotografiert haben oder einfach Objekte beim Teleobjektiv ein bisschen weiter wegfahren, um mit der Perspektive besser spielen zu können. Ja, hätten wir Vögel gesehen, hätten wir auch diese Linse genommen, aber leider wurde unser Bird-Safari-Mix. Aber wären wir auf Bird-Safari gegangen oder hätten nochmal speziell Bird-Watting gemacht, dann wäre das natürlich die Linse unserer Wahl gewesen. Zusammengefasst, wenn ich jetzt nur ein Objektiv mitnehmen dürfte, würde ich das 16-55mm 2.8 nehmen, aber wir waren mit allen sehr zufrieden. Wenn ich nur eine dürfte, dann würde ich das 50mm mit der Alt-Mura-Blende nehmen. Das hat dir gefallen. Ja, ich finde es super. Sehr cool. Dann machen wir weiter mit Luftaufnahmen. Wir haben zwei Drohnen dabei, aus dem Grund einerseits, weil die Mini 3 Pro auch hochkant filmen kann, was für Instagram sehr wichtig ist. Aber auch als Ersatz, wenn eine Drohne mal abstützen sollte, was immer noch passieren kann, dass wir einfach zwei haben. Und als Hauptdrohne haben wir die Mavic 3, ja, mit denen sind wir beide sehr zufrieden. Ja, vor allem, man sieht den Unterschied halt am meisten, wenn es sehr stark windet, dass die Kleine halt nicht ganz so gut mithalten kann. Aber ansonsten setzen wir die schon sehr gerne ein, weil, wie gesagt, wir auch hochkant damit filmen können. Und das ist ja gerade in Bezug auf Wiese, das ist ja schon ein großer Vorteil. Ja, und wir sind ja mit dem Kalb unterwegs gewesen, wir hatten nicht viel Platz. Deswegen, wenn wir nur mit dem Kalb unterwegs waren und nicht so richtig transportieren konnten, die Sachen, dann auf jeden Fall die Mini 3, weil die einfach schön klein ist. Wenn das Licht ein bisschen schlechter war, dann haben wir auf die Mavic 3 gesetzt, weil einfach der Sensorgröße ist und mehr Licht drauf kann. Ja, Grad-Champart ist auch für das Schnorcheln sehr bekannt und auch wir haben uns dann ein bisschen für die Unterwasserfotografie ausgestattet. Und zwar haben wir ein Unterwasser-Case. Das ist das erste Mal, dass wir das dabei hatten und für die Zeck, die wir es jetzt hatten, waren wir sehr zufrieden. Das ist natürlich recht schwer und groß, war nicht ganz so einfach zu transportieren, aber auf jeden Fall das wert, dass wir es auch hier dabei hatten. Als kleinere Variante hatten wir auch eine Action-Cam dabei, aber auch in einem Tauchgehäuse, einfach, dass die Action-Cam ein bisschen geschützt ist. Und als kleines Spielzeug, so ein Dome, dass wir auch halb-halb Aufnahmen machen konnten. Noch eine Kamera, die wir sehr gern benutzt haben, ist unsere Insta360. Die benutzen wir eben gerne, wenn wir, ja, um so Verfolgungsspielchen zu machen, beziehungsweise auch um Unterwasseraufnahmen zu machen. Man kann da eben so, es sieht aus, als würde ich die Drohne direkt über den Kopf schweben. Dabei ist es gar keine Drohne, sondern die 360 und es macht schon Spaß. Es ist einfach ein Spielzeug, die Qualität ist jetzt ja nicht auf dem Namen wie die anderen Kameras, aber es macht einfach Spaß, da ein bisschen rumzuspielen. Ja, in Verbindung vor allem hier mit dem langen Stick, der ist drei Meter lang und da kann man schon ganz coole Perspektiven schaffen. Als weitere kleines Spielzeug, was wir hier dabei haben, ist ein Filter und zwar ein Promisfilter. Der ist jetzt auch aktuell auf der Kamera drauf. Das sieht man vor allem hier auf den Lampen, die haben so einen gewissen Glow und vor allem, wenn es dann in die Abendstimmung geht, schönes Licht gibt, verwenden wir den gerne oder auch bei der Street-Fotografie. Das ist noch so ein bisschen, alles ein bisschen dreamy, ein bisschen raurig. Ich finde, das passt ganz gut zu der Stimmung und ja, das haben wir auch nicht immer drauf, vor allem nicht, wenn die Sonne knallhart scheint, dann ist es zu extrem der Effekt. Ja, auch hier wichtig, ein kleiner Blasebalg, vor allem bei den Videos, dass keine Staubkörner irgendwie auf dem Sensor drauf sind, weil wir die dauerhaft sehen würden. Bei den Bildern kann man sie noch ein bisschen retuschieren oder besser retuschieren. Zum Thema Ton aktuell haben wir ein Richtmikrofon auf der Kamera, das hatten wir hauptsächlich zum Filmen drauf, aber auch hier so kleine Ansteckmikrofone. Wir hatten noch was anderes gedreht. Raja Ampat liegt ganz im Osten von Indonesien, West Papua ganz genau genommen. Wir haben auch viel gesprochen mit größerer Distanz oder auch einfach, wenn es windiger ist und dann den Rücken Richtung Wind gedreht und dann ist hier vorne schön der Bereich und Wind. Und ja, die nutzt ihr ganz gerne, wenn wir Videos aufnehmen, wo wir was reinsprechen. Und dass ihr auch unterwegs, arbeitsfähig seid und unsere Fotos bearbeiten könnt, haben wir immer einen kleinen Naptop dabei. Das ist jetzt unser Reisen-Laptop, der für zu Hause ist ein bisschen größer und Leistungsstärke, aber für unterwegs reicht er vollkommen aus und ist super klein und leicht und von daher ist das ja. Genau, in der Verbindung mit einer SSD, 4TB hatten wir jetzt dabei. Die hat ganz genau gereicht, hätte nicht viel mehr sein dürfen, aber also nicht mehr Bilder. Von dem her war das eigentlich perfekt und in Verbindung mit dem kleinen Laptop sind wir immer ganz gut aufgestellt. Ja, da kann man immer unterwegs sichern, zwischendurch mal was bearbeiten und ja. Ja, ich hoffe, es waren ein bisschen hilfreich, die Tipps mit dem Equipment, was wir alles dabei hatten. Wir würden es übrigens genauso wieder machen. Ich glaube, wir hätten jetzt auf nichts verzichten wollen. Klar, wir hätten vielleicht eine Drohne weniger mitnehmen können, aber man weiß ja nie, was passiert. Und von daher, ja, was hättest du am ehesten entbehren können jetzt von allem, was hier auf dem Tisch liegt? Ähm, ich glaube, den Dome und die Insta. Ne, die GoPro. Ja, die wären dann die GoPro, wobei der Dome schon ziemlich cool war. War cool, aber jetzt nicht unbedingt notwendig. Ebenso hatten wir noch ein Stativ dabei. Das Stativ ist jetzt gerade da eingespannt, weil die Kamera draufsteht. Das nutzt sich wir kaum, meistens dann, wenn wir von uns Bilder machen oder für die Nachtfotografie. Aber sonst versuchen wir alles aus der Hand zu fotografieren oder zu filmen, sind wir einfach ein bisschen flexibler. In den nächsten Tagen bzw. Wochen, je nachdem, die Schnelle es fertig bekommen, kommt dann auch das Video zu Radjumpad online. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr reinschaut und euch inspirieren lasst von uns. Ja, wir fangen jetzt bald an mit dem Schneiden. Es ist super viel Material geworden. Die Drohnenaufnahmen sind unfassbar. Also das ist wie vom anderen Planet. Aber auch die Kameraaufnahmen. Also wir sind schon ganz gespannt, was es gibt, das Video. Und wir lassen es euch natürlich wissen, wenn es online ist.